Die neue tägliche Serie Für einen jungen Lover ist es nie zu spät. Cooles Outfit. Würde sich gut auf meinem Schlafzimmerteppich machen. Diese Frauen halten immer zusammen. Genial. Egal was passiert. Eindeutig meint er dich. Na los, die ist mindestens eine Acht wert. Freundinnen, jetzt erst recht. Die neue tägliche Serie ab 27. August. Mein RTL Willkommen zu Hause.